Guten Morgen! Wie ich gehört habe, hat Kapitän seine Skeletten! Sein Tag war richtig Scheiße! Sehr gut! So erwarte ich das. Aber bei der nächsten Aufgabe musst du schnell sein! Und gefährlich! Und zwar wirst du mindestens 10 Leute Fotobomben! Nur drei? Oh, okay. Drei Fotos möchte ich von dir! Und die müssen schrecklich aussehen! Am besten nimmst du jemand Bekanntes und trollst ihn! Okay. Tag 3! Dritte Challenge! Wir sollen irgendwie Fotobomben Leute! Aber weil das wirklich easy ist für einen Hand of Blood, werden wir das ein bisschen erweitern! Ich habe gesehen, hier in der Streaming Area gibt es den einen oder anderen berühmten Streamer! Da wären wir vielleicht auch ein bisschen Stream-Bocken! Drei Tafel! Darf! Drei Tafel! Drei Tafel! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020